so ist es wieder mein Kopf drinnen der Schöpfung das ist schon schön schweiß ach so nicht angeblich auch von der Kündigung der Schulter nach vorne so ist es schon mal schlossen Hartz-Fakt ist an der Schlauze die hat natürliches Konzeption Euro aber seitdem die Dienstlehrer ich bin wieder tot ab die Ego in Sicherheit und die Post die TG irgendwo hin wo Bostig gleich in der Produktion das ist eben noch nicht immer einschmeißen ab dem zweiten auch hier aber auch ich hab hier im 2.0 wird ausgeschmissen kann ich jetzt was als er das ist die er kommt er hat sich ja bleibt stehen so gesagt ich habe nichts erneut sich umschüttelt nach dort bei den Buchen und auf dem Schalter ich habe ein guter aber halte durch das ist wie das Boot eingesammelt ja dann ich möchte die Verbrauchung mit der Fall so warte jetzt habe ich aber trotzdem Oma Mama ich stehe gerade eben noch nicht und da muss ich noch ein das ist auch schon äh es leistet drei Leute ja hier liegt was auf dem Schaltern da drüben hast du die Fackel für mich hingelegt und da wo du zervorscht jetzt muss was liegen da hast du mich ein Buch hingelegt hier liegt nichts, okay noch nicht hinterm Sandriesen ist noch ein Loch hinter dem Riesen was wir hatten, drei, vier so nen TLC-Items ist auf, wir sind doch drei was war das denn? so ich bin nutzbar ein Jahr, wo ist denn hinten? ich bin irgendwie in das Loch befördert worden, das muss mich scheißen hinter dem Riesen ist noch ein erlegten Sandblock oh man es brenne ich schon wieder weißt du direkt weißt du direkt hinter dem Riesen oder an der Wand im Riesen? ja an der Wand im Riesen aber ich hab schon was draufgeschmissen, bist ja da du hast ja schon dreimal was draufgeschmissen oh Gott wie vieles Patel ich hab es ist vorbei aber ihr habt ihn überlebt, naja was ja oder weniger es ist vorbei komm jetzt, komm, komm, was kommt jetzt? warum bin ich tot? warum bin ich tot? naja, ich weiß nicht wieso, aber die Skype-Konfigat gerade so da ab, mit der Qualität spielstück. was soll ich jetzt machen? Frage ist nichts, was soll ich jetzt machen? naja, ich bin doch auch betrachten was wird und bis zu können, dann noch mehr Leute, was solltet das nicht durch die Klinik will miterleben, wo es landet ob er dort aufgenommen hat dann mit einig was aufgesammelt er war mit dem dispenser war in einem noch zwei sachen so war noch eins an den stück ich habe auch ein Stück Papier werden will wird das da jetzt nicht hier das muss doch hier liegen wie wir zu das eingesammelt ich habe ich es euch gut geben so dass wir daraus geploppt ich habe noch ein Stück Papier und er hat er gehört ja für Pini und anders hier im Grunde in der Mitte ausgeploppt also ein Schalter und ein was machst du durchsuchen der Kredi sind doch hier in so Schalter habe ich den Schalter und den Zettel ist für Pini der muss nämlich jetzt weiterlesen was auf dem Zettel steht hier kommen wir zur Zeit da so wann kann ich weiterlesen jetzt die Kälte bleibt mal hier mir geht okay erst weiterlesen wenn ihr den Zettel so ihr müsst ihr gerne was fällt euch eigentlich ein uns bei unserem Unterfangen in die Quere zu kommen ihr habt keine Ahnung mit wem ihr euch anlegt nur weil ihr den Sandriesen besiegt habt braucht ihr euch nicht freuen oder denken ihr seid die Besten ich habe das Ding auch besiegt und zwar so schnell dass er nicht mal einen Pfeil auf mich abfeuern konnte ich habe übrigens den Schlüssel zum Stein des Lichts mitgenommen ich habe euch lediglich den Schlüssel zur Waffenkammer hier gelassen damit ihr euch wenigstens wehren könnt an eurer Stelle würde ich mich jetzt ganz schnell verziehen falls ihr doch meint dass ihr den Mut habt mir entgegenzutreten dann kommt doch ihr habt jetzt die Wahl entweder ihr geht nach Hause und überlebt euren Ausflug auf Ghost Island oder ihr versucht uns daran zu hindern die Herrschaft über diesen Planeten unter unsere Kontrolle zu bringen indem ihr mir den Schlüssel zum Stein des Lichts abnehmt wenn ihr euch für die zweite Möglichkeit entscheidet dann kommt in die Unterwelt zur Arena der Qual dort werde ich dann eure mickrigen Leben am Ende machen bis dann oder auch nicht General und Kriegsherder Unterwelt Baradocs oh Gott das gefällt mir jetzt schon nicht können wir weiter? Ich will diesen... Moment, Lee! äh ich merke grad Garan will was von mir der möchte mir ein Schwert überreichen was euch auf dem späteren Weg helfen wird Mystic Night ich werde mich jetzt er wird mich jetzt in den ins Jenseits holen, ich werde so schnell wie möglich zu euch stoßen und versuche Darados so schnell wie möglich zu besiegen wir sehen uns dann hoffentlich lebend im Turm und wie wissen wir wo wir hin müssen? da, er ist gegangen, er stand genau hier die Karte mein Freund ah, du hast die Karte ihr müsst jetzt zur Waffenkammer so, let's go ihr wisst ja wohl noch wo die ist, oder? dum, dum, dum wir finden sich schon auf zur Waffenkammer Boss, Karte hast du ja? ja, aber die ist im Turm übrigens Turm, welchen Turm? ah, die Waffenkammer immer die Weihandturm ja, anfang den, 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 den Boss durch Hoffnung zu die Karte und vor allem nicht einfach, weil ich kann auch noch was man will, ich weiß auch nicht, ich hab mir grad die Katanzausch das Gäste der Anfahrt der ganze Anfang, wo wir am Anfang den Turm reisen ja genau, wo kommen wir hin nach Ariadalist ja, genau du bist, aber ich hab' alles schon vergessen, ich hab' ich hab' gefunden ich bin hier bei diesem Höln-Kollektiv 5 oder die Säule nicht in den Höln-Portal erst zu kaufen kann man jungs so okay wir sind es jetzt wo das Helm-Portal ist in dem Bild im Bild im Bild im Bild im Bild in der Tat von diesem Bunker vorbei ohne ein Zukunft okay ja ich glaube aber wir haben das Land uns zu tun muss sein ja dann ich weiß nicht wo er tun ist das ist aber ich gebe nicht auch mal eine Karte hier und dann gucke ich auch oder gebunden Junge mit einfach nur hinkommen also ihr müsst da wo die große Kuppel ist von dem Sand Tempel ja einfach in Richtung quer diagonal hinter die Kuppel so liegen halten das Problem ist die Karte ist nicht bei mir die ist verschwunden beim Bosco ihr mit einfach nur schräg nach hinten gehen Herr Bokoma für mich mal guck mal au 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 muss das sein die Karte hat jetzt sehr viel hier mir offen gelegt also zufrieden 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 ja ja aber quer diagonal hinten links ja hinter der Schüssel quer diagonal hinten links ist ja pass auf du läufst jetzt erstmal wieder zur Tür vom Sand Tempel ja Fünter und das mache ich auch so dann geht jetzt links neben den Sand Tempel also von euch aus gesehen links Warte links erkennt die Sattel auswendig so wir stehen Klingke sei ich guck dir jetzt ein bisschen schräg nach links und dann geht der verbraucht ich hab ihn an den Höllnportal aber vorbei ne ja wo bist du denn als ob ich bin an der Frontalade doch auf der anderen Seite mit entgegengesetzt also wir gucken auf das das auch hier werden kann ich sagen die Linus zu beschädigt sich war doch richtig verdammte Scheiße ach vor da hat er gedacht in in den gegenwärtig und freundlich und schädteligen sich schwarze schräg links in der Hoffnung das erste Wettbewerb nicht mehr von mir ja vergammelt Prozent das ist das was hat er gesagt wird werden wird der erste Wettbewerbungen wenn ich zuerst und ich habe ich habe verstanden der erste Wettbewerb Kriken 1.4 ja ich auch verstanden was gefunden Schöne Ariante nimm dein Ei okay so geht es ab es wird die Ex-Aktur da ist er wobei die Jungs ich bin auf dem Weg so in einer Erklärung ich habe entscheidet man sich über die Banken Warte doch mal aber es war ein Schwerer Socke die Lomagerung Warte hat ich sehe euch ein Ficken so wurde und jetzt um nur auf die Folge ist einfach mal jeden aber so um das Wort weil ich noch nicht ein Planer was wo war Schatten kurzfristig ist schon möglich wir müssen in den Waffenkampf genau Schlüssel zum Alchemie aber auch von Aviante Got it Oh, nimm dir schon etwas aus den Kisten, das könnte hilfreich sein Oh, cool Okay, was haben wir hier noch? Oh, Lederrüstung Oh, oh Oh, was haben wir hier? Wir sind Männer, Männer wie wir Die haben richtig Traum, Männer wie wir Die gehen niemals auf, Männer wie wir Irgendwas, was ich noch auf, aufreimt Wir haben Spaß, wir geben Geist zu und dann Ey, man Ey, Bosse, sieht gerade aus wie Notch Na, Mann, ja Wenn man nicht die Glatze von Stone Cold sieht, dann Ach, dann, jetzt mach ich mich zum Go-Go-Feed, bitte was, wie ich Power Ranger werde Muss ich drinnen, aber Nee, es geht dann, schade Go-Go Power Rangers ist nun Koko Power Rangers Koko Power Rangers Warte die Moffin Power Rangers Riep sich wirklich noch mal aus D.D. und D.O. und Indiana Jones Darf ich fragen wo ihr seid? Wir sind noch in der Waffenkamera, haben uns gerade einen Spiegel anbearbeitet Wir sind fertig Habt ihr gesehen was da für ne Kiste war? Ja ich hab den Schlüssel nicht mehr mit dem Schlüssel zum Schreiben des Licht Nee zum Alchemie-Labor auch zum Alchemie-Labor der Schlüssel zum Alchemie-Labor da steht der Schlüssel zum Alchemie-Labor auf zum Hackbord damit könnte es öffnen Los Kammer des Königs hier regiert das macht Bock ich will er ist ich fick den Gegner zu Mauer nur du mit Düsen hier den Weg lang mal gucken wie es mit F5 aussieht auch das halt wow wie schnell ich abgeh neopart die drüber der zweiten drücken oder schlafen so aufstellen und mit dem Leben nicht neben dem Bau mehr warum weil ich bin schon machen aber mit der andere Seite neben mich wie immer nach oben du auch Jungs ich will ja nicht drängen mehr aber es dauert auch bis zum Jahr der aber auch hier können wie sollen wir sie sich nicht auf der Flitterreise wessen Führung aber Fotos und bei den wir uns kommen auf der Ehe der Untergrund von Herrn Köln ist bei den Köln Ampel oder das ist gut ist gut war zu sich und noch einmal auf und hier viele Blaschen Zauberteil Genau. Ähm, wo sind meine drei Wasserflaschen hin? TK, was machst du? Du hast keine Zutaten. Ich habe meine Wasserflaschen hier gerade benutzt. Und die Zündchen nicht hier, die Zündchen. Ich erwähne nochmal Untergrund. Oh, oh, warte, warte. Ah, Untergrund, Untergrund. Ich würde mal sagen, ich bezeichne dies als Notfall. Gefunden. Wie, du hast gefunden. Na, wir haben nur die Axt. Boah, was ein Scheiß. Erinnert ihr euch? Oh, oh, Kisten. Boah, wir können mit den Knochen den Engländer kaputt schlagen. Soll ich jetzt mitnehmen, oder was? Na, na, das war nur. Ach so, hören, hab ich glaube, ich bin nur so ein Zeug. Na toll. Ja, Bräuber. Ja, Bräuber. Ah, jetzt mein Alchemist geht es wieder gefragt. Oh Gott. Er braucht nicht, guck mal in die letzte Kiste hinten recht. Na, das mit diesem Mund ein Punkt, das war das. Nein, doch nicht. Ah. Ich nehme mal eine Poison Potion, net, Fallenresistenz, Swiftness, Regeneration. Und der Stärke. So, jetzt habe ich von jedem eine dabei. Gut. Das kann man noch rein und das kann man auch rein und das und das und das und das und das.